Wir kommen an einen ganz speziellen Ort mit, nämlich ins Restaurant Niedberg. Das Restaurant hat eine ganz spezielle Tradition. Seit 40 Jahren besteht die Besitzerin darauf, dass hier mindestens ein paar Mal im Monat gemusigt wird. Und zwar Volksmusik. Ländler wird hier gespielt und auch wenn ein neuer Beizer kommt, ein neuer Wirt, der muss diese Tradition mitnehmen. Und so ist es auch gekommen, dass in den letzten 40 Jahren alle grossen Namen hier mal aufgespielt haben. Vom Reisgewerden bis zum Peter Zimseli. Heute Abend sind die Mosebuben. Und was da für eine Stimmung ist und wie das abgeht, können wir jetzt schauen. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 Die Hamile sind im Riedberg nicht nur als Servicepersonal tätig. Nein, zusammen mit ihrem Schweizer Kollegen Remo, der auch die Küche macht, haben Tissan und Haram vor bald vier Jahren den Riedberg als Pächterteam übernommen. Dank Anisatz aus Sri Lanka geht es dem Lokal heute einiges besser als vorher. Was nicht zuletzt ein Segen ist für die Freunde der Schweizer Volksmusik. Die Hamile sind im Riedberg nicht nur als Ries. Aha! Gut da, oder? Dissander führst du mit zwei Kollegen in ein Restaurant. Sie sehen doch nicht aus wie ein urchiger Schweizer volksdummlicher Mann, oder? Hat es auch Reaktionen gegeben? Nein, eigentlich nicht. Ich bin eher in einem Druck drin. Jetzt probieren wir, Leute zu kommen, was sie denken. Es sind alles so urchig hier. In der Schweiz sind alles drauf und dran. Dann habe ich gedacht, ja, probieren wir. Es sind nicht gekommen, haben zu schauen. Bei mir sind sie, wir sind freundlich, haben nett und alles drauf und dran. Und die Leute haben das ganz ernst genommen. Am Abend, wo die Leute nach Hause gingen, haben sie gesagt, sie machen super, machen so weiter. Und das hat uns so gut gemacht. Ich muss sagen, es ist wirklich lustig. Ist das Ländermusikin jemals? Ich habe das Gefühl, es kommt irgendwann. Es gibt es manchmal am Morgen, wenn ich aufstehe, und es ist alles so steinend. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich zu Hause bin, sind alle weg und ich bin alleine. Dann denke ich auch, es wäre auch geil, es wäre noch geil, es steht noch in irgendeiner CD drin. So Ländler, was ich gerne höre. Ich muss sagen, so am Morgen, so drei Uhr morgens, so einen Kaffee trinken. So Ländler, was ich gerne höre. find ich weiter. Und dann wieder mehrhole, was ich gerne höre. Und dann bin ich mit Gibe, ins Vielen Dank.